Der erste Elfmeterschütze. Sicher versenkt. Auch er trifft. Jetzt steht es 1 zu 1. Selbstbewusst verwandelt ein schöner Schuss. Der Ball kracht an den Pfosten. Den hätte der Torwart nie und nimmer gekriegt. Sein Glück, dass der Pfosten nicht mitspielen wollte. Er geht an die Latte. Er geht rechts vorbei. Bei einem Elfmeter sollte man sich vorher genau überlegen, wohin man schießt. Links ins Gehäuse. Er ist völlig fassungslos. Links am Tor vorbei. Ein kraftvoller Schuss, nur die Richtung stimmte nicht so ganz. Der Ball ist im Tor. Da hat er den Torhüter richtig schön verladen. Ich wollte hier nicht an seiner Stelle sein. Er ist drin. Noch ist nichts entschieden. Und dann wird er zum Helden. Drin. Fantastisch. Er macht das Siegtor. Sie haben den Gegner über die komplette Spieldauer nahezu beherrscht. Und damit ein gutes Ergebnis erzielt. Wir haben das Kritikorie. Vielen Dank.